Hallo Konfuzer, ja schön, dass ihr wieder da seid, hier ist wieder eure Josy mit einer neuen Folge vom realen Irrsinn, weil neue Folge ist wieder so dahingesagt, es ist ein neuer Vorschlag, aber diesmal nicht von Chilli, nein, sondern von Minato Namikaze, der hat mir zwei Videos vorgeschlagen, die thematisch zusammenpassen und wenn alles klappt, dann machen wir die heute hintereinander weg und dann kommen die auch zusammen und dann entsprechend hochgeladen in der gleichen Woche, und dabei geht es um Bahnsteige, und zwar zu hohe Bahnsteige in Bad Bentheim. Die zwei Videos sind eigentlich auseinander und es handelt sich um den selben Bahnsteig und wir schauen uns zusammen mal an, was der Minato uns da vorgeschlagen hat, ich bin gespannt, ich habe es mir, wie gesagt, ja, mache ich ja nie, mir vorher anguckt, aber wir schauen mal rein, wir wechseln in die Live-Szene rüber, da haben wir es schon, ich muss natürlich noch groß machen, damit ihr es ordentlich seht, so, dann muss ich hier wieder ein bisschen lauter machen, dann muss ich hier auch wieder ein Dezibel nach oben gehen, so, äh, ja, es müsste passen, genau, okay, gut, dann starten wir mal rein. Der Bahnhof in Bad Bentheim musste dringend renoviert werden und wenn die Deutsche Bahn und die Bad Bentheimer Eisenbahngesellschaft zusammenarbeiten, dann klappt auch alles barrierefrei. Ja, ja, ähm, wenn die Deutsche Bahn was anpackt, dann soll das funktionieren. Binden wir gemeinsam den Fehler. Ihr wisst ja, äh, bei der Deutschen Bahn ist es so, dass ein, dass ein Zug erst dann verspätet ist, wenn er zehn Minuten nach der offiziellen Ankunftszeit ankommt, also ab der elften Minute ist er verspätet, davor nicht, davor ist er pünktlich, deswegen ist die Bahn immer pünktlich. Hier am Bahnhof ist, was, äh, Barrierefreiheit angeht, die Erhöhung aller Bahnsteige. Hier war vorher 35 Zentimeter, das Ganze wird erhöht auf 76 Zentimeter. Moment, es war vorher 35 Zentimeter und wird jetzt auf 76 Zentimeter erhöht. Das ist ja eine Verdoppelung. Äh, 76 Zentimeter? Welcher Einstieg bei der Bahn ist bitte 76 Zentimeter hoch? Hm, okay. Okay? Warten wir es mal ab, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, genau. Die Bahn hat den Bahnsteig knapp 40 Zentimeter erhöht. Hier wurde alles neu und hübsch bepflastert. Ah, okay. Da war doch wieder der Fehler bei der Planung. Da war doch irgendwas, was nicht funktioniert hat. Das ist wieder mal so dieses, dieses typische, wir planen etwas, ohne nachzudenken. Und am Ende kommt dann sowas bei raus. Geil. Ja, und jetzt drehen die Türen nicht mehr so gut auf. Ja. Also. Ähm, also ich hätte jetzt die wunderbare Lösung, wir bauen innen drin eine Treppe dran, auf, äh, also so, so die Treppe, und drehen die Türen einfach um. Dann gehen sie nach innen auf, dann passt das. Ist jetzt natürlich da wieder brandschutzmäßig nicht unbedingt das richtige, weil im Brandschutzfall müssen die Türen nach außen aufgehen, damit man schnell rauskommt. Aber, wäre doch eine Idee, oder? Ich hoffe, als die den Bahnsteig angehoben haben, war keiner drinne, weil der kommt ja nicht mehr raus, der muss durchs Fenster klettern. Das Lustige ist, wie wollen sie das Hauptgebäude jetzt benutzen? Weil, wenn keiner reinkommt, äh, oder rauskommt, ich meine nur, deutsche Bahn, wir haben sie fahren. So, jetzt kommt man aber ja von drinnen nicht so gut nach draußen, ne? Derzeit ist das so, äh, wir haben, ja, das kommt ein bisschen vor wie so ein Schildbürgerstreich. Nee. Nee, wie kommt man da drauf, dass das ein Schildbürgerstreich ist? Also, das ist doch, das ist die perfekte Planung der Deutschen Bahn. So was, so was kriegt ihr nur bei der Deutschen Bahn, woanders kann das nicht passieren. Ja, ich weiß, bevor ihr jetzt unten reinschreibt, doch da und da und da könnte das auch passieren. Ich weiß, es, aber irgendwie häuft sich so was bei der Deutschen Bahn und wie gesagt, ähm, ja, schauen wir mal. Nee, ist kein Schildbürgerstreich, sieht nur so aus. Für den Umbau vom Bahnsteig ist die Deutsche Bahn zuständig. Für dieses Gebäude die Eisenbahngesellschaft von Bad Bentheim. Ah, das ist jetzt natürlich wieder schlau für die Deutsche Bahn gemacht oder gut gemacht für die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn kann jetzt sagen, wir haben ja nichts falsch gemacht, wir haben ja alles richtig weil der Bahnsteig ist erhöht worden. Was ihr jetzt mit eurem Gebäude macht, das ist ja nicht unser Problem, oder? Und die hat einfach das Gebäude noch nicht höher legen können. Ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das werden sie auch in zehn Jahren noch nicht höher gelegt bekommen. Außer sie reisen ab und bauen es neu. Sorry, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre, weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache dahinter. Man kann diese Baumaßnahme hier auf dem Bahnsteig nicht verschieben, nur weil wir noch nicht so weit sind. Die muss gemacht werden und jetzt sage ich mal, da müssen wir jetzt durch. Ähm, ähm, lieber Herr, ich habe jetzt den Namen nicht gelesen, aber lieber Herr, könnten Sie mir mal bitte schön sagen, wie lange Sie planen wollen, diesen Bahnhof anzuheben? Soll da jetzt irgendwo hunderttausend Männer kommen und greifen drunter und heben das Ding an und schnell baut jemand was unten drunter und dann setzt es den wieder ab, oder was? Ich, ich, also, manche Planungssachen sind einfach, ich hätte jetzt die Idee gehabt, warum habt ihr nicht vorher Rampen eingebaut, da wo die Türen sind? Wäre auch eine Idee gewesen. Da hätte die Bahn halt mal ein bisschen mitdenken müssen. Da sind Türen, die können wir nicht anheben, also machen wir Rampen ran, ähm, das ist auch barrierefrei, es sind ja dann keine Stufen, sondern Rampen und, äh, es hätte funktioniert. Aber dazu hätte man ja wieder Hirn einschalten müssen. Und da es hier nicht durchgeht, muss es wohl woanders durchgehen. Die Leute gehen quasi nicht durch die Tür, sondern sie gehen durchs Fenster. Ja, dafür ist das Fenster ja auch da, dass man da durchgehen kann. Ey, das machen viele Einbrecher, die gehen durchs Fenster. Hm, also, für die Einbrecher ist das perfekt. Sie machen das Fenster auf, da ist ein kleiner Stuhl davor, da steigen die drauf und dann gehen sie durchs Fenster auf. Ähm, was ist mit der Unfallverhütungsvorschrift? Äh, die wird einfach mal außer Kraft gesetzt. Ein Stuhl, der sich dann auch noch drehen könnte. Oder nicht fest verankert ist. Hätte ich lieber eine Stufe hingebaut. Warte, wo ist das Fenster? Da gibt's ja auch nicht, oder? Ja doch. Nein, da ist ja noch ein Fenster. Aber wie sehen wir, du bist vorhin. Du bist vorhin. So ein bisschen sportlich muss man natürlich schon sein, wenn man ab Bad Bentheim reist. Ähm, ähm, Sport, Morgensport mit der Deutschen Bahn. Kommen Sie nach Bad Bentheim, hier kriegen Sie es garantiert. Hey, das ist doch mal ein Werbespruch. Das hat keinen Zweck an dem Rücken hinten rum. Hier kommst du nicht hin. Lass dich nicht fahren. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Ansonsten haben Sie nur eine Möglichkeit, Sie müssen das Gebäude wieder verlassen und außenrum gehen. Ja, 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 äh, wie gesagt, das ist deutsche Planung, äh, ohne Sinn und Verstand. Und wer nicht gut im Klettern ist, ist hoffentlich gut im Wandern. Ähm, der Wanderverein Bad Merk, äh, Bad Bentheim, Entschuldigung, Bad Bentheim, hat dafür jetzt natürlich wieder was Tolles. Sie können eine neue Rundstrecke machen. Einmal rund um den Bahnhof. Es gibt ja auch Zeiten, da ist man total unter Druck und dann guckt man hin und her und denkt, wo kann man wohl hergehen? Ich denke mal, dann nimmt man das Fenster. Ja. Wenn der Typ nämlich fast bald dabei ist, wegzufahren. Das ist zwar nicht barrierefrei, aber immerhin doch sehr kreativ. Kreativ, also für den Kreativitätspreis haben Sie auf jeden Fall verdient, das auf jeden Fall garantiert. Aber, äh, planungsmäßig ist das immer noch der größte Müll. So, ja, hey, heute habe ich es mal fast geschafft. Hehehe. Ja, so, da seht ihr aber auch schon das nächste Video. Das machen wir in der nächsten Runde. Ähm, ja, also als allererstes Mal an den Minato Namikase, äh, Namikase so. Äh, ein Dankeschön, äh, für diesen Vorschlag. Es war ein tolles Video. Ich konnte mich wieder schön aufregen. Ich liebe das. Das ist so das tolle Andrian Ersin. Man kann sich so schön darüber aufregen. Und wenn man das so gerne macht, wie ich das tue. Ja, perfekt. Ähm, gerne weitere Videos. Ähm, dann zweites Video schauen wir uns gleich noch zusammen an. Und, äh, ich muss dazu sagen, also, äh, das ist wieder typisch Deutsche Bahn. Ihr wisst ja, ich liebe die Deutsche Bahn. Ich wäre unheimlich gerne Mitarbeiterin bei denen. Die nehme ich aber nicht. Gut, okay. Nach solchen Videos, wie jetzt hier gerade eben, wo ich mich über sie lustig mache, da könnte ich doch verstehen, okay, gut, warum sie mich nicht nehmen. Aber, hallo, ich bin eine Mitarbeiterin mit Humor. Das muss man erst mal finden. Und bei diesem Zustand, da seht ihr den Kistenkater, äh, etwas sehr freizügig heute. Höhöhöhöhö. Hat der Schatz. Und, wie gesagt, also, ich fand es wieder toll, äh, das zeigt mir wieder typisch, wie die Deutsche Bahn ist. Äh, ohne Sinn und Verstand manchmal, vor allem in Planungssachen. Wir heben einfach mal den Bahnsteig an, aber das Bahnhofsgebäude lassen wir auf derselben Höhe. Und, äh, Türen, was interessieren uns die Türen? Das Bahnhofsgebäude ist ja nicht von uns. Okay, ich würde aber ganz, äh, ich muss aber, wie gesagt, ganz ehrlich sagen, also, äh, sportlich gesehen, Kreativität, Daumen hoch und, äh, ja, so kann es bleiben. Okay, gut, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ich ein Däumchen hoch von euch kriege und ein, äh, Abo da unten, das macht schön und, äh, hilft dem Kanal. Äh, Glocke könnt ihr aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Gut, und, ja, wenn ihr das Ganze auch doch bei den Kollegen von Extra 3 machen wollt, also, das, was ich jetzt hier gerade mache, also, ich mach jetzt mal hier zu. Na, da fällt mir ein, ich muss ja nochmal zurück. So, jetzt, gut, ähm, ich kann ja schlecht das Video liken, was ich danach auch zeige, also, deswegen mussten wir das jetzt machen. Ich hab, wie gesagt, immer noch nicht rausgefunden, warum das immer weiter springt. Gut, so, also, Däumchen nach oben, ähm, und, ja, äh, hier hab ich schon abonniert. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das auch machen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da noch Anregungen, Kritik, äh, Vorschläge, wie jetzt zum Beispiel der Minato, Namikaze habt, einfach unten in die, äh, äh, in die Kommentarsektion rein. Und ich reagiere da drauf, gucke mir auch an, ob das, äh, reactbar ist. Und dann schauen wir uns das so, wie ihr es jetzt gerade hier gesehen habt, auch zusammen an. Mir bleibt jetzt für diese Folge nur zu sagen, Dankeschön und Tschüss, eure Josi. Bis zum nächsten Mal.